Wir werden durchführen, das 13. Mal wieder mit einer guten Besitzung. Und das 13. Mal, dass ich Sie durch den Nachmittag und den Abend begleiten darf. Ich bin der Uwe Kapple und freue mich, dass ich auch das 13. Mal wieder dabei sein darf. Wir haben ein breit gefächertes Programm und ihr habt alle diesen kleinen Zettel bekommen. Da seht ihr, wer wer spielt, weil es auf zwei Bühnen stattfindet. Einmal oben, einmal rum. Jede Band spielt zweimal. Einmal auf der grossen Bühne und einmal auf der kleinen Bühne. Also könnt ihr euch das Programm individuell zusammenstellen, wie ihr das wollt. Wenn ihr eine Band zweimal seht, dann schaut ihr, wenn sie oben spielt und wenn sie unten spielt. Okay, wir beginnen mit dem Nachmittag. Es wird bis nach 12 Uhr gehen, denke ich. Also haben wir eine rechte Ladung von Musik von uns. Und das Spektrum ist wieder gross. Und die Herkunft der Musiker ist auch enorm. Aus X Ländern kommen die Musiker. Und es ist eine Premiere, dass wir eine Band aus Polen da haben, die nicht nur reine Bluegrass macht, sondern auch ein bisschen Country, ein bisschen Swing. Aber natürlich auch Bluegrass. Und ich gebe die Bühne frei, um das 13. Spring Bluegrass Festival zu starten. Jetzt muss ich schauen, dass ich das auch richtig polnisch ausspreche. Vespa Pilani! Bekwatt! Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020